Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crash Bandicoot 4 It's about time mit mir, legt mir an. Jetzt mache ich hier eine Kletterpartie. Hört sich ja schon toll an. Jetzt sind wir die Bogen. Ich bin fertig. Ich bin sehr schnell gewesen. Ich bin sehr schnell gewesen. Ich bin sehr schnell gewesen. Ich verstehe nicht, warum du so gerne herum bist, aber mir fehlt wohl auch der Körper dafür. Nein. Ich habe kurz gedacht, warum bin ich denn jetzt schon wieder gestorben? Ich bin jetzt schon wieder gestorben. 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 Alter. Das ist schon wieder total der Fehler dahin zu gehen. Scheiß drauf. Oh. Huuu. Wuuu. Häe. Häê. Ungarn. 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 Aja, ich sit hier. Was ist das? Ah! 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 Hey! Außengleichgewicht! Ah... Ah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich lasse es mal What? Ich lasse es mal. Als wenn, hä? Als wenn da kein Checkpoint war. Das war's für mich. Das war's. Wir sehen ein gutes Team, wenn du meinen Test überlegst, ähm, die Belohnung bekommst, werden hier ein Lochte durch Team sein, ja. Da hatte ich ja gerade wieder Glück. Äh, 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 äh! Ich hab's... ich... ne... Hä? Hä? Das war's. Da geht das plötzlich weg, ey. Meine UJ. Okay. 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 Wie springt er denn da weg? Und nicht in die Wand ran. Boah. Alter, ey. Okay. 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 Take it. Das war's. 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 Das war's.